Er sagt 13, ey. Was ist das? Boiled Milk? Kokosnuss oder abgestandene Milch? Mmmmm... Ja, spürst du die Milch? Boah, der war nicht geil, Digga. Der war so... Sauer? Ist der sauer? Wie Minz? Stinke-Milch? Wenn man das einmal getruggert wollte... Jindeberg, meine Freunde. Was geht ab? Heute wieder Chefsfragen mit Tobi. Der Gewinner auf meinem Channel. Noch nie gegen ihn gewonnen, Digga. Heute muss wirklich... Ich muss gewinnen. Ansonsten bin ich echt gebrochen, Digga. Also wir gehen in die Trilogie rein. Nach jeder Frage, der Verlierer ist eine Jellybean. Und wer alles verliert, der kriegt einen Shisha-Schlauch gegen den Oberschenkel. Aber voll rein gerecht, Digga. Aber richtig. Ja. Aber so glänzend, Digga. Hm. Ein bisschen brauche ich noch wegen dem Ecken-Jellybean. Ah. Wie viele McDonalds-Filialen gibt es in den USA? 2015. McDonalds-Filialen in den USA 2015. Also ich weiß, dass Subway mehr Filialen haben. Ich glaube drei. Eins, zwei, drei. Fünfhunderttausend. 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 Erstmal ein Dings. Barf oder Peach. Nein, das ist Dings. Achso, du bist unten. Butter with Popcorn oder Rotten Egg. Ihhh. Was ist das Ei? Butter-Botcorn, sonst hättest du das direkt ausgespuckt. So bin ich beim letzten Mal. Richtig. Ehe, eins, zwei für Tobi. Hach, Digga. Direkt schon her, so klar. Das ist unfassbar. Wie viel Prozent der Weltbevölkerung hat noch nie telefoniert? Ich bin ehrlich, hatten wir das nicht schon mal? Hm. Noch nie telefoniert, das haben wir noch nicht. So eine Million Prozent nicht. . War das echt was anderes? Eins, zwei, drei. Zehn, fünf Prozent. Übersено. Auf drei. 35 мет AJ. WASS. Noch nie telefonieren. Dann habe ich das mal verwechselt. ich hatte auch fünf die gar nicht dachten wir kommen letztes mal so eine frage und dann ja das rote ne ja mehr das weiße was ist das denn das ist tutti frutti stinky socks irgendwas mit bunten drin wie oft wurde gta 5 bis jetzt verkauft das weißt du bestimmt nicht nein es tut mir ehrlich leid habe ich sogar gestern erst gelesen dass die neuen rekord gebrochen haben ich habe gestern gelesen die haben einen meilenstein gebrochen in videospiel rekorden 150 millionen mal über 75 also sie haben jetzt gestern habe ich den post gelesen da stand drin die haben jetzt 150 millionen mal geknackt noch mal dieses rocken egg jetzt bitte noch mal butterpopcorn bitte so ein scheiß ei wenn ich das krieg die lokalen ein richtig dicker ein dickes wie viele tonnen plastik landen pro jahr in den meeren von der kasse ok ich hab 1 2 3 3.000 300 tonnen 10 millionen waaaaaas waaaaas oh mein gott weißt du wie ich mir gedacht hab ich bin wieder ne du musst 2 2 ja 2 2 ja das wird schon gut aber 2 2 aber der ist komplett braun das ist der das ist der 200% aber welcher soll das denn sein hier welcher soll das sein kann kein anderer sein hier sind alle zu hell welcher denn die hier welcher soll der hier was soll das sein das kann doch nur der sein das kann doch nur der sein das kann sein das ist nichts gutes aber also schmeckt nicht geil aber geht noch für 60 kann man vielleicht wegspülen aber der blick so schmeckt wie was verbranntes ja 2 2 wie viel tonnen haben wir es 10 millionen alter das ist ja krank das ist echt heftig das ist echt heftig das ist ja wie viele besucher hat das Wackenfestival um die wo ist das in Deutschland oder ja hier in Norddeutschland wo die alten Smart Slangers 1 2 3 400.000 30.000 ja 85 ich bin der dran jaaaa 3 2 für mich 3 2 für Tobi heute verlier ich nicht das ist zu viel wie viele Hunde gibt es auf der Erde tschau 3 1 2 3 3 3 millionen 500.000 500 millionen was boah mehr als menschen ey da richtig 3 3 jetzt muss ich einmal in Führung gehen come on baby wie schnell ist das schnellste Motorboot im Kammer 3 1 2 3 100 Kammer 210 320 boah boah egal als wenn du 320 Kammer auf Wasser aber es gibt so ne Videos wo die hart crashen und dann shalt das ganze Boden und dann ist der Fahrer auch tot ja 320 Kammer auf dem Wasser ja dann würde ich immer sagen 4 3 und ich gehe wieder in Führung und drehe mal eine Runde Digga imagine 320 Kammer auf dem Wasser du bist arm guck mal stell dir mal vor 220 Autobahnen da muss ich schon wirklich ordentlich Konzentration aber auf dem Wasser Digga hä das ist doch Dings 80% tot nein schwarz da sind nur noch 2 Stück hi hi oh ja nein oh come on Digga das ist echt lauig wenn du jetzt einen guten kriegst und ich kriege einen schwarzen dann meinst du das ja safe andere ekelig ist also muss nicht aber was ist das? was hast du? Schmeckt oder Skunk? Lakritz ich glaube Lakritz ja dann muss das weil wenn Skunk also stinkt hier ja noch aber für Leute die keinen Lakritz suchen ist echt ekelig 4 3 sehr gut die Jellebeens rennen aber wenn du deinen Schlauch Alter heute ist echt Digga 4 3 schon ne? wir haben schon echt viele Fragen richtig wann wurde das erste FIFA Spiel veröffentlicht? ich hab 1 2 3 1993 1997 1993 ooooohh Killer Digga ich wollt grad sagen weiß der nicht der immer zieht also jungen FIFA Digga 4 4 ja wichtig ich hatte vorher 89 was ist das? das ist genau Mitte Digga nochmal ne? ja mach nochmal komm jetzt baff nein schwarz das ist schon fein aufwärts bitte ist dann die ekle jetzt aufwärts bitte ist dann die ekle jetzt aufwärts bitte ist dann die ekle jetzt 1 2 3 13 500.000 6.939 ja danke ich bin dran Digga dann trink mal ne Runde für mich ja 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 er sagt 13 was ist das? boiled milk kokosnuss oder abgestandene milch mmmm abgestanden ja spürst du die milch ich wollt doch nicht oh der war nicht geil Digga der war so ok sauer sehr sauer wie Milch stinke Milch schön stinke Milch wenn man das einmal gedruckert weiß mhm ja ja ne du machst ja nur die Packung auch und ja mhm ah Digga sie spüren es auf ihrer Zunge mir war nicht geil egal der war der Enkel zu mir also Allison würde jetzt sagen bitte ein Statement was ist das eigentlich jetzt hier für ne Kackfragen ok letzte Frage ich muss gewinnen Digga sonst ich hab keinen bock das dritten Mal zu verlieren ich entschuldige mir das was ist das so komm rein hier wie viel Urin produziert man im Jahr komm mal für ein Bier mal trinken was ok ja so im Jahr wie viel Urin ja so ich hab ne zahl warte lass ich mal kurz überlegen eine Ahnung Regal für für Texte ok auf 3 1 2 3 500 1300 Liter 548 Liter 548 Liter 548 Liter weißt du was ich mir gedacht hab warte 5,5 ja 5,5 ja goldene Frage stinkbag oder Marshmallow das ist wieder der andere das ist der ich bin mir sicher dass der ist ja komm dann nehm ich mal den das wäre das egal ob nicht sehr geil oah Zucker oah Zucker oah Zucker lecker mhm 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 ein Tennisball uuhh uuhh ok muss kurz einbinden kommen und weißt du was hahaha scheiße ich hab ne Zahl ich hab ne Zahl im Bauch aber weiß ich nicht Tennisball ja ja warte nein nochmal warte ne ich muss auch nochmal warte 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 selte ok ok hab was okay auch 3 ja 1 2 3 85 Gramm 120 57 jaaaaaaah ich wollte es nichts nicht sagen oh nein aber ich hab trotzdem ja 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 süßerschlagen auf deinen pünktischen Schenkel Ich fühl mich so schlecht, Digga. Ich fühl mich so leid. Und du darfst erst mal noch eine drehen, ne? Wie kann man denn so oft verlieren, Digga. Ich schwöre, ich bin so gebrochen. Ich bin so gebrochen. 3-0. Was ist da los? Ich fühl mich so schlecht. Ich fühl mich so schlecht. Direkt mein erster Hedwig auf dem Channel. Tutti Frutti. Oh, ja. Ich fühl mich so schlecht. Ah. Da gleich, hier? Ja, da, da, ja. Nochmal richtig schlecht hinterher. So, als... Tutti Frutti. Ja, okay, gut. Wenigstens ein bisschen... Kleines Kusswasser. Guck mal, dein Bein da rauf. Wie sagt er? Ey, wegen der Lampe. Pass auf, das Blödsinn. So mit zwei? Ja. Was war das vorhin nochmal? Mal wie Stefan Grab so. Achtmal gucken wir mal noch. Fuck, Digga. So. So bei mit der Triologie. Oh, Digga. So, einfach gesagt für die große Fresse. Vor dem Spielen ist nach dem Spiel. Das tut richtig weh, Digga. Der wird noch rot. Ja, Digga. Sorry. Danke, Bruder. Dreimal verloren. Sehr gut. Glücklicher Verlierer, Digga. Ich schwöre. Alle guten Dinge sind drei. Aber es kommt noch was. Ne? Muss man dazu aussagen. Ui. Oh, sogar beide. Richtig quer getroffen. Sieht man? Ja. Ich weiß nicht. Warte. Das kommt noch. Oh, doch. Man sieht das. Man sieht die beiden Stricke schon. Ja, kommt noch ein bisschen. Hier, hier der erste. Hier der zweite. Das kommt noch ein bisschen. Oh, ho, ho, ho.